Eine Massage nach dem Sport oder einem anstrengenden Tag bringt Ihren Körper schnell wieder ins Gleichgewicht. Dieser Massagehelfer stimmt seine tiefenwirkende Klopfmassage individuell auf Ihre Bedürfnisse ab. Durch sein besonders griffiges Design können Sie sich mit Ihrem neuen persönlichen Masseur perfekt selbst behandeln. Die beiden Massageköpfe bestücken Sie individuell. Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Silikonaufsätzen, die die Wirkung der Massageköpfe punktgenau oder großflächig verteilen. Die Einstellungen kontrollieren Sie mit Hilfe des übersichtlichen Farbdisplays. Wählen Sie aus zehn Intensitätsstufen und legen Sie die gewünschte Massagedauer fest. Dann heißt es Augen schließen, zurücklehnen und entspannen. Der Timer schaltet das Gerät nach der gewählten Zeit automatisch ab. Ob Verspannung, Muskelkater oder einfach nur um den Alltag auszublenden, das Duo-Klopfmassagegerät ist in jeder Situation eine echte Wohltat. Überzeugen Sie sich selbst! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017